Kennst du das Haus mit den sieben Türen? Das ist ein kompliziertes Haus. Tust du dich dann mal vor ihnen, dann kommst du nicht mehr wieder raus. Das Haus mit den sieben Türen, man denkt, das kann doch gar nicht sein. Die eine führt nach draußen und die anderen wieder rein. Die Nummer eins hat keine Klinke, die Nummer zwei krieg ich nicht auf. Von Nummer drei mal stinke, stinke, da macht A, A, jemand drauf. Von Nummer vier gibt's keinen Schlüssel, von Nummer fünf steht eine drei. Und bist du vor Tür sieben, bist du an Tür sechs schon längst vorbei. Kennst du das Haus mit den sieben Türen? Das ist ein kompliziertes Haus. Denn da sieht ein Raum wie der andere völlig unterschiedlich aus. Das ist das Haus mit den sieben Türen. Ja Mensch, das ist doch wie verhängt. Vor allem, wenn im ganzen Haus Rhabarber nur rüber weg. Ich wache auf und tue erschrecken. Er schleicht ein Räuber rum im Haus. Es ist zu spät, sich zu verstecken. Ich hol die Pistole raus. Doch ein Gewehr hat auch der Räuber und macht Peng Peng bei mir ins Bein. Da muss ich stolpern und fall voll in ihn. Rhabarber nur rüber rein. Ich wohne im Haus mit den sieben Türen. Das ist ein kompliziertes Haus. Tust du dich darin mal verhieren? Da kommst du nicht mehr wieder raus. Das Haus mit den sieben Türen. Man nimmt es an, doch kann ich sein. Die eine führt nach draußen und die anderen wieder rein. Sieben Tage hat die Woche, sieben Monate das Jahr. Sieben Jünger standen einst mit Jesus am Altar. Sieben Arme hat der Kranke und am siebten kommt der Nikolaus. Und in der Eppel-Nasen-Straße sieben steht beim Haus. Kennst du das Haus mit den sieben Öpfen? Da geht der Ruf und niemand aus. Da tut der Schweiß, die Stern, die Lümpfe. Aus Nase und aufs Ohren raus. Kennst du das Haus mit den sieben Öpfen? Ja, mein Mann, wann ist's dann schrecklich warm? Dann ist mal meine Fels so schön dick, um die Dichtung haben. Kennst du das Haus mit den sieben Schurken? Da gehen die Schurken ein und aus. Man ist Gewürzrabinergurken und macht die Räten vorher raus. Ja! Kennst du das Haus mit den sieben Gurken? Der Mensch, das kann doch gar nichts sein. Gewürzrabinergurken legt man vorher doch erst ein. Was macht man damit? Gewürzrabinergurken legt man vorher doch erst ein. Ich hab's immer noch nicht bestanden. Ja! Gewürzrabinergurken legt man vorher doch erst ein. Ach so.